Hallihallo, wir wollten uns doch noch über die Weihnachtsgeschichte, über unser Weihnachtsvideo unterhalten. Ja, genau, Herr Dies. Da werden sich die Kollegen jetzt direkt mit Vorschlägen bei Ihnen melden. Okay. Oh nein. Oh, die Tiere. Geniekanonen? Oh nein, das geht gar nicht. Das ist krassend. Eigentlich wollten wir uns nur bedanken. Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 2020 war ein unglaublich anstrengendes Jahr. Sicherlich für Sie in Ihrem privaten Umfeld, aber auch für unser Unternehmen. Ich finde, Sie haben dabei Großartiges geleistet und ich möchte mich dafür ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Unser Unternehmen ist vergleichsweise gut durch die Krise gekommen und wir gehen gut vorbereitet in das Jahr 2021. Wir haben viele neue Produkte, die wir anbieten wollen und viele neue Ideen. Ich hoffe, dass Sie und Ihre Familie jetzt Gelegenheit haben, ein paar Tage Ruhe zu verbringen, sich zu entspannen. Und ich freue mich, Sie im Jahr 2021 gesund wiederzusehen. Vielen Dank. Vielen Dank.